der sich fortan Karl Valentin nannte. Es begann ein äußerst vielseitiges, vielschichtiges, abwechslungsreiches Künstlerleben mit vielen Hochs und vielen Tiefs, geprägt von seiner ebenso vielschichtigen wie nicht immer einfachen Persönlichkeitsstruktur und den nicht minder schwierigen Zeitumständen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mit seiner Bühnenpartnerin Elisabeth Velano, verbannt, genannt, Liesel Thalschland, die er 1911 kennenlernte und der Talent er erkannte, mit der er ab 1915 gemeinsam auftrat, verbannt ihn eine enge, man kann sagen, Schicksalsgemeinschaft, die den beiden zu großen Erfolgen verhalf, aber auch durch manches Tal führte. Die 1892 geborene Liesel-Karlstadt war ebenso theaterbegeistert wie talentiert. Mit 17 bereits sang sie bei den Volkssängern und spielte Cafarett. Obwohl Liesel-Karlstadt zu ihrer Zeit immer im Schatten ihres berühmten Bühnenpartners stand, weiß man heute, dass der Anteil dieser Karlstadts an den Erfolgen des Duos immens gewesen ist. Sei es durch ihre Mitwirkung bei der Erarbeitung der Texte, der Inhalte der Schriffe, als auch ihre Städte, Fürsorge für den mitunter hypochondrisch veranlagten Kalvalenten. Diese Aufgaben und die komplizierte persönliche Beziehung der beiden zehrten stark an ihrer physischen und insbesondere an ihrer psychischen Kraft, was schließlich zum Zusammenbruch führte, von dem sich Liesel-Karlstadt nur sehr mühsam erholte. Letztendlich brach das berühmte Komikerpaar auseinander. Mitte der 30er Jahre erbte auch Karl Valentins Erfolg zusehends ab. Während des Krieges trat er gar nicht mehr auf, schrieb nur noch. Anfang 1948 hatte er nochmals einige wenige Auftritte zusammen mit Liesel-Karlstadt und am 9. Februar 1948 starb Karl Valentin an den Folgen einer Lungenentzündung und wurde am 11. Februar 1948 an einem Ascher-Mittwoch in Panik beerdigt. Vertreter der Theaterszene und der Stadt München waren nicht in seinem Grabe. Erst seit den 1960er Jahren wurden Karl Valentin und dieser Karlstadt und ihre Werke allmählich wiederentdeckt, was bis heute ungebrochen anhält. In welche Literatur oder Theatersparte ist nun ihr Werk einzuordnen? Eine spannende Frage, die zu beantworten, wir nicht vermögen. Wir brauchen uns dessen nicht zu schämen, denn das haben auch ausgewiesene Fachleute der Literatur, des Theaters und der Philosophie bisher nicht vermocht. Valentin sagte angeblich selber, wir wollten doch nur, dass die Leute lachen. Aber vielleicht wollten sie die Leute nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken anlegen. Uns jedenfalls ist bei den Proben eines ganz stark aufgefallen. Wenn auch die Stücke in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden sind, ist in ihnen viel heutige Aktualität enthalten. Es ist, als hätten die beiden um die Zukunft blicken können. Oder andersherum betrachtet, es hat sich seit damals nicht viel geändert. Ihre Stücke sind zeitlos und haben viel Tragisches verpackt in eine geniale und raffinierte Komik und sich umspiegeln, wenn auch bisweilen überspitzt, das wieder, was das Theater immer wieder spiegelt. Das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Und jetzt genug der Worte, jetzt wollen wir spielen. Applaus 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 Das klarinet, das klarinet, plays doodle-doodle-doodle-doodle-dad The clarinet, das klarinet, plays doodle-doodle-doodle-dad Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Straßenbahnbiletten, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Theaterbesuch Ein Ehepaar bekommt von ihrer Hausfrau zwei Theaterkarten geschenkt, was zu einer aufwendigen Vorbereitung des unvorhergesehenen Theaterbesuches führt. Der Theaterbesuch 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 Das weiß doch wer ist Ja Das ist halt so Nimm ihn her und zack Ja Das ist mal gewonnen schon früher eher Jetzt bin ich noch ein Jahr von früher Ach Na ich warte Was hör einmal denn mit dem Buben wenn der von der Oberdome kommt Ja da hab ich schon drang gedenk Das Essen müssen wir ihn warm halten Und bevor wir fortgehen, dann müssen wir ihm noch mal Zettel schreiben. Warte, ich hole mal was. Jetzt müssen wir den Turm, der fragt, er braucht uns ja noch ein Zettel schreiben. Nein, liebe Geister. Wofür das ging? Ablöse noch lange nicht genug erwachsen. So. Also. Dann streite ich ihm, dass wir nicht daheim sind. Jetzt brauchst du nicht schreiben, denn sie sind ja selber. Aber du musst die Zeit, dass man Wodganger sagen. Das meine ich ja. Ich schreibe ihm, dass wir nicht da sind, weil wir abwesend sind. Schreib mir nicht in dem. Nein, ich schreibe. Liebe Ja, wir Ja, du als Vater, du wirst doch wohl wissen, wie er Wodghorst. Ja, du als Vater musst wie er wissen. Ja, weil man halt immer Wodg zu ihm sagt. Ja, ich sage Wodganger. Und wie Wodganger? Nein, ich hab noch verufen. Nein, nein, nein. Wir werden doch selber drauf gekommen. Nein. Ja, das ist ja... JOSEPH! Mein lieber JOSEPH! Das große Entschreiben, weil er mir angehört! Dann schreibe ich halt, unser lieber JOSEPH, das endlich mal in Ruhe geht! Sehr geehrter Herr, unser lieber JOSEPH! Dein Essen steht in der Küche am Ofen. Mach es dir warm, weil es schon kalt ist. Es ist bereits Dezember! Ich meine doch, aber es ist Essen, so kalt es. Und weil wir ins Theater gehen müssen. Sollte das Theater aus werden, kommen wir vielleicht bestimmt nach Hause. Es rüßt dich, hochachtungsfreunds, deine vorangegangenen Eltern nebst Mutter. Beide Hände, dann ist Mutter schon dabei! Ach so. Ja, dann mach ich halt einen Punkt, sonst ist das richtig weiter. Selber schon! Jetzt schreibe ich noch hin. Solltest du das Essen aber lieber kalt weg, brauchst du es nicht wahr machen. Weil es sonst zu kalt wird. So. Und den legen wir jetzt am Tisch her, damit der ihn schön sieht. Oder wartet, der geht doch meistens bei der Tür rein, ne? Oh! Ja, dann legen wir es am Boden her. So. Wenn das auch noch auswutscht. Ja, das ist doch mir egal. Die Nachricht mit Liebe und Leidenschaft beschrieben, den soll er sehen. Und wir müssen jetzt nur los auf, Ikim. Ja, immer mit der Ruhe. Oh! Ah! Die Ababilletten! Er ist so. Jetzt hätte ich ja waschen, die Ababilletten vergessen. Er hättest es wohl vergessen. Da brauch ich mir nicht den entdeckerten Faustgänger. Oh! Die Fremden! Karl Valentin führt in dem Diskurs zwischen Schüler und Lehrer interessante Analysen über den Begriff die Fremden. Aufmerksamkeit. Oder wie schön. Die Fremden! Die Fremden! Die Fremden! Es ist ganz gut und leer. Die Gitarre. Wir haben in der letzten Unterrichtsstunde über die Kleidung des Menschen gesprochen. Und zwar über das Hemd. Wer kann von euch einen Reim auf Hemd sagen? Auf Hemd reibt sich Fremd. Gut. Und wie heißt die Mehrzahl von Fremd? Die Fremden. Jawohl. Die Fremden. Und aus was bestehen die Fremden? Aus Fremd und aus Dämmen. Ah, was ist denn ein Fremder? Na ja, Fleisch, Wurst, Gemüse, Obst, Mehl, Speis und so weiter. Nein, 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 nur das, was er ist. Ich will wissen, wie der ist. Ja, ein Fremder ist nicht immer ein Fremder. Wieso? Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Das ist nicht unrichtig. Warum fühlt sich der Fremde in der Fremde fremd? Weil jeder Fremde, der sich fremd fühlt, ein Fremder ist. Und zwar so lange, bis er sich nicht mehr fremd fühlt. Dann ist er kein Fremder mehr. Sehr richtig. Wenn aber ein Fremder schon lange in der Fremde ist, bleibt er dann immer noch ein Fremder? Nein. Nein, das ist nur so lange ein Fremder, bis er alles kennt und gesehen hat. Denn dann ist ihm nichts mehr fremd. Es kann aber auch einen Fremden, nein, es kann aber auch ein Einhimmlischer etwas fremd sein. Gewiss, in den Münchner zum Beispiel ist das Hofre aus nicht fremd. Während ihn in derselben Stadt, das Deutsche Museum, die Kriptothek, die Pinnakothek, durchaus fremd sind. Damit wollen Sie sagen, dass ein Einheimischer in mancher Hinsicht in seiner Vaterstadt zugleich ein Fremder sein kann. Was aber sind die Fremden unter Fremden? Fremde unter Fremden. Ja, wenn Fremde über eine Brücke fahren und unter dieser Brücke fährt ein Eisenbahnzug mit Fremden hindurch, so sind die hindurchfahrenden Fremden Fremde unter Fremden. Was Sie, Herr Lehrer, wahrscheinlich nicht gleich verstehen werden können. Oho. Und was sind die Einheimischen? Den Einheimischen sind eigentlich die fremdesten Fremden nicht fremd. Der Einheimische kennt zwar die Fremden nicht, aber er kennt auf den ersten Blick, dass es sich um Fremde handelt. Wenn aber ein Fremder von einem Fremden auskommt will, sehr einfach. Frägt ein Fremder in einer fremden Stadt einen Fremden mit irgendetwas, was ihm fremd ist, so sagt der Fremde zu dem Fremden, das ist mir leider fremd, ich bin hier nämlich selber fremd. Das Gegenteil von Fremd wäre also unfremd. Ja, wenn ein Fremder einen Bekannten hat, so kann in dieser Bekannte zunächst fremd gewesen sein. Aber durch das gegenseitige Bekanntwerden sind sich die beiden nicht mehr fremd. Wenn jetzt diese beiden zusammen in eine fremde Stadt reisen, so sind diese beiden Bekannten jetzt in der fremden Stadt wieder Fremde geworden. Die beiden sind also, und das ist jetzt paradox, Fremde Bekannte zueinander geworden. Applaus Was ist an dem Ast? A wunderschöner Ast A wunderschöner Zeig Zwei Kamm hast A wunderschöner A wunderschöner A wunderschöner Bann am zwei Zwei Kamm hast A wunderschöner Bann am schee Bann am schee Blau Was ist an dem Blau A wunderschöner A wunderschöner Nistal Nistal A wunderschöner Bann am zwei Zwei Kamm hast A stamm Bann am in der Haut A wunderschöner A wunderschöner A wunderschöner Bann am schee Bann am schee Bann am schee Bann am schee Blau Was ist an dem Blau Ah, wunderschöns Vogel! Über den Ur-Ur-Ur-Inn ist der Nesterlam, blau, 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 zwei Teig am Ast-Ast-Amba, am Arm, wieder hau! Und für den Rausch, der Götbach, steht blau! Joch, geht und für den Rausch, der Götbach, steht blau! Was ist an dem Vogel? Ah, wunderschöns Vogel! Über den Ur-Ur-Inn ist der Nesterlam, blau, 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 zwei Teig am Ast-Amba, am Arm, wieder hau! Und für den Rausch, der Götbach, steht blau! Joch, geht und für den Rausch, der Götbach, steht blau! Ah, wunderschöns Vogel! Über den Ur-Ur-Inn ist der Nesterlam, blau, 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 zwei Teig am Ast-Amba, Abnumber one call from the Caucasus that way! compass Husky-Amba, am Arm, wieder hau! Und für den Rausch, der Götbach, steht blau! Wo den Rausch, der Götbach, steht blau! Wo den Rausch, der Götbach, steht blau! Was will ich denn denn da ole! Oh, Wunderschöns Vogel! Nach Johannilbeil, Mitle von Fele, сеlezb für den Rausch, der Götbach, steht blau! Wir geh den Rausch, der Götbach, steht blau, 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 zwei Teig am Ast-Amba, am Arm, wieder hau! Gunkel derото, Stoms und Gl favour ihr dear Gott Gunkel derote, Stoms und Gl guards Ja, mein Lieber, ich hab' die Sonne. Der Firmling, der Vater macht dem Sohn den Firmpaten und feiert mit ihm das große Ereignis in einer Mainterrasse. Bello! Da ist er, der Peppari! Jetzt setz dich mal her, du Hundli! Sein nicht so gemein... Halt! Setz dich doch mal her! Du brauchst mich auch nicht gleich anschreien! Ich hab dich auch nicht anders stehen! Rein, gut! Ja, das... Obelheim, das kommt schon mal. Das kommt schon viel gut. Und jetzt ist die ja... Stimmt, du sitzt ja mal. Dann passt ja alles. Aber jetzt? Ja, stimmt. Wenn ich neue Uhr bricht, dann haben wir's. Ich glaub, ich hab die Feder eh schon abgedreht. Du, wenn ich die Uhr alles abdrehe, dann ist das die Uhr, gell? Die drei Uhr raus. Dann ist mir wurscht. Warum denkst du nicht, lieber Mann? In der Zukunft weißt doch heute noch nicht, was da mal irgendwo ist. Das werden wir gleich sehen. Ja, das hoffe ich, dass wir das gleich sehen. Denn du bist jetzt immerhin schon Zweifel und du weißt immer noch nicht, was da mal hier ist. Mit zwölf, wenn man das ja wohnt, bist du nicht. Wett mal denke dann, dass die noch werden kann. Ja, da bin ich selber neugierig. Ja, da bin ich auch neugierig. Aber was passiert, Schäfel? Dass es mir gelungen ist, den heutigen Tag zu erleben. Ja, mich auch. Schade, wenn wir zwei nicht mehr erlebt hätten. Weißt du? Es hätte niemand gehen, der in eine Firma gemacht hätte, wenn ich als eigener Vater da nicht eingesprungen wäre. Ja, wenn du ihn nicht gemacht hättest, dann könnte ich heute mit meiner Kerze allein umlaufen. Ja, ja, eine Kerze wie diese wirklich. Hättest du dann gar nicht. Wettest du? Wettest du? Wettest du? Ja, das waren alles da, was wir hier übersprechen. Wo jeder gesagt hat, deinen Brot, den mache ich am Firma. Und dann ist drauf ankammer und jeder hat gedruckt. Ja, wirklich. Freunde dort gehen zehn auf ein Butterbrot. Das müssen auch sich merken. Die meisten Menschen, die versprechen, und ja, da reicht es doch nicht. Beispielsweise ist mein Herr Bruder. Er war sein Onkel. Er hat es ihm zu sich ersprochen und dann hat er es wussten. Ja, sagen wir mal, wo hat er dir denn seine Firma gemacht? Ich sag's Ihnen. Er hat keinen Flinz drauf. Er hat keinen Flinz. Er hat kein Flinz drauf. Er hat keinen Flinz drauf. Er hat keinen Flinz drauf. Er hat keinen Flinz drauf. Er hat viel Flinz drauf. Aber Geld hat er trotzdem keinen Flinz. Er hat kein Geld. Er ist leichtes, sagt man auf Deutsch. Und deswegen habe ich den für den Wart gemacht. Ich habe mein Wart gehalten. Mein Wart ist heute immer. Die war immer da mit Erzeugern. Wir sehen jetzt noch. Ja, das ist wahr. Na ja, was hast du gehabt vor der Firma? Nichts. Ja, du hast nicht einmal einen Anzug gehabt. Du hättest nachher die Kurium laufen müssen. Ja, hätte ich halt meine Wartehose angezogen. Ja. Du hattest doch gar keine Wartehose. Du hast nur abgekackt einen Anzug gehabt. Nichts. Keine Sunker, keine Ehemerköpfe. Kein Charakter. Oder sonst nichts. Du hast doch gar nichts gehabt. Nichts, wenn er zahle mal kommt. Ja, und den habe ich von dir gekauft. Ja, gar nicht von mir. Ja, und dann habe ich keinen Anzug gehabt. Da muss ich mir allein besorgen. Aber wie? Das leicht ist auch die Frage. Leicht will ich. Und deswegen, ja. Wenn ich irgendeinen Kundenabdeck pass habe. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt fühlen sie weh. Das kann ich mir nicht leisten. Sofort, glaube ich. Ich habe mir aber auch schon ganz, ganz München. Ich war auch hier in Mosach. Aber auch da bin ich nicht bündig geworden. Und, ja. Was bin ich da gelaufen? Ich bin jetzt 53. So gelaufen kann ich nicht mehr. Und deswegen ist das die Wartehose überhaupt wert. Kann ich mir das überhaupt zurück tun. Und dann, in Schwabing, da steigt sich ein Zufall an. Ich triff auf den Erlacher Franzl. Ihr kennt sie vielleicht nicht. Vielleicht doch. Ich weiß nicht. Aber das ist ein alter Kriegskammerat. Seit 1915. Damals sind wir in Deisshofen gestanden. Ich guck mal, dass da gerade die Franzosen engagiert sind. Da waren wir in Deisshofen. Mann, Mann, Brust an Brust. Ja, ein Deisshofen da, der ist er. Da haben wir gesagt, Mann, Mann, Brust an Brust. Bei einer gewährende Hand. Und, ja. Und eben, diesen Erlacher Franzl habe ich dann auch verzeugt, dass er einen Kuh in uns zum KV holt. Und, warum war es ein Zufall? Der Erlacher Franzl ist abgeführt worden. Der hat gesagt, er schenkt, wenn man ihm anzufallen sein will. Ja, Mann, Franzl, Mann. Der ist wirklich großartig geworden, sag ich. Aber, die Sache garantiert einen Haken. Denn, es hat uns noch nicht gesagt, dass dieser Hundskritte passt, dass er einmal was, sag ich ihm. Naja, eine kurze Rede. Langer Sinn. Gerne, auf jeden Fall, der verrückte Abzug. Der Bepperl zieht den Anzug an und... Passt, hat er! Ja. Ich sage es nur einmal, dass der Herr Franzl den Anzug hergemacht hat und der Bepperl ihn anzieht, dann passt er wie ein Gast. Schauen Sie sich an. So, es ist eine horrende Angelegenheit. Für Sie mag das, wie wir es normalerweise über die Welt bringen. Aber, meine Damen und Herren, eines muss bedacht werden. Er hat meinen Bepperl, kann man auch ersparen. Nicht, er kennt den Bepperl auch nicht. Wie haben wir hier denn auch? Wir haben uns so herrschtewig gesehen. Wir haben das jetzt gesehen, wo wir ihn noch gar nicht auf der Welt und... Ja, da können wir ihn gar nicht wissen. Ich muss den Cyborg auch nicht sehen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist der Cyborg, wahrscheinlich ist das eine Missgeburt. Aber, deswegen nur, weil er gleich alt ist, hat es noch gar keine Garantie, dass er passt. Der, 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 der meinige ist, wachsen wie eine Hirnsinthe. Schau mal, wie eine Hirnsinthe. Die, 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 der, der was sie groß war, ist, Das war lief, weil ich bin ja auch sein Vater. Ja, mei, das war echt ein großes, ein großes, das hätte gefeiert werden können. Und ich sag es Ihnen noch einmal, ein Bericht dazu, der Päppert sieht aus Ronald Basler an! Ja, was ist jetzt? Haben wir ein Erdbeben hier? Hier, mit dem langen Sinne, das gibt's doch nicht! Ja, grunzen dürfen! Na klar, jetzt, kann man es ja auch noch tun lassen oder was? Es dreht sich aus, wenn man nicht kennt! Die grunzen fixen mir schlecht wie ein Schweipkleid! Ist doch das Fragante! Und was ist denn jetzt? Papa, mir ist so schlecht! Ach so, mir ist auch schlecht! Papa, ich möchte nach Hause! Ich auch! Mach, steh doch auf! Mach, steh doch auf! Lern jetzt auch, ich versuch's ja! Ich schaffe es nicht, ich krieg's nicht jeder! Was sagst du denn? Na, rausch, du siehst doch! Ach, der legt sich gleich am Boden hin, der fraule Kerl! Mach, steh doch auf, mir ist dir selber so schnell! Auf dem Schirme, grün, 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 grün! Ach, du Vaterl! Ach, ja, ja, das ist ja jetzt wurscht! Wo ist mein Mut? Ach, komm, lass uns abhauen! Wo ist mein Mut? Ja, da ist der ja! Ja, gut, da müssen wir nichts zahlen! Sag mir auch lieber! Ja, okay, sag ich seh! Nein! Geht lieber ins Witzhaus! Wo bin ich ja dann eingeladen? Gürzeltöcken! Buchbinder Wanina Der Buchbinder Wanina möchte bei der Firma Meisel & Company nur anfragen, ob er die Rechnung beigeben soll oder nicht. Das scheint aber nicht so einfach zu sein. Das scheint aber nicht so einfach zu sein! Nein! Dramatische Witzhaus Hier die Bauformer Meißel & Company. Ja hier ist der Buch Blavanniger. Ich möchte mitteilen, dass sie Bücher gespielt haben, fertig haben. Und ob ich die Bücher hinschicken soll. Ich muss ihnen auch gleich mitschicken gehen. Einen Moment Maritär! Jawoll! Ihr Meißel & Company? Sekretariat? Ja hier ist der Buch Blavanniger. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich jetzt die Bücher da oben, dass ich es fertig habe und ob ich die Bücher hinschicken soll und ich gleich noch ein Wort gleich hinschicken soll. Bitte. Eine Verleihung, bitte. Ja, schlecht. Hier die Direktion der Firma Meisel & Company, der ist der Punkt mit der Waninger. Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass ich die Bücher jetzt fertig gemacht habe, dass ich es hinschicken soll. Habe ich Sie ja schon dann auch gleich hingeben sollen. Ja, ich soll jetzt sagen, ich verbinde Sie mit der Verwaltung. Warten Sie aber einmal jetzt, bitte. Ja. Hier die Baufirma Meisel & Company. Entschuldige, ich war mir. Jawohl, hier ist der Punkt mit der Waninger. Ich möchte Ihnen noch mitteilen, dass Sie mich jetzt fertig gemacht haben, dass Sie es jetzt hinschicken sollen und die Direktion dann auch gleich hingeben sollen. Ach, ich würde jetzt sagen, rufen Sie am besten mal den Lebensstil 3-30er. Sie können neue Weiterwähler. Entschuldige Sie mal. So, jawohl, ist schon recht. Bitte, danke. Ich bin neugierig. Ja, hier ist der Bau, hier ist der Bau, hier ist der Bau, wer ist dort? Ich möchte Ihnen und der Firma mitteilen, dass Sie die Bücher fertig gemacht haben und ob ich diese Rechnung auch hinaufruieren sollte. Bitte zu Ihnen. Ich weiß nichts davon. So, fragen Sie mal bei Architekt Klotz noch. Einen Moment mal, bitteschön. Wer ist der? Hey, Herrgott Sakramenten. Architekt Klotz. Wanninger, ich habe. Ich habe. Ich möchte Ihnen schnell das jetzt mitteilen, dass Sie die Bücher fertig gemacht haben. Na ja, doch, fragst du am besten Herrn Direktor selbst. Der ist aber jetzt nicht in der Fabrik. Wo ist er da, Herr? Ich verbinde Sie gleich mit der Wohnung. Na, na, pass auf. Hallo. Ja, hier ist Direktor Hartmann. Ja, der Ding ist hier. Der Buch mit der Wanninger. Ich möchte nur anfangen, ob Sie das mitteilen wollen wegen der Bücher. Na ja, ich kümmere mich nicht um diese Sachen. Vielleicht weiß die Abteilung Bescheid. Ich schalte Sie zurück in die Firma. Wer ist? Wo soll er hingehen? Herrgott Sakramenten. Frau Firma Meisler, Teil 3. Der Ding ist hier. Der Buch mit der Wanninger. Ich habe Sie auch schon ein paar Mal gesagt. Ich möchte Herrn Direktor fragen, dass Sie die Bücher fertig haben. Einen Moment mal, bitte. Ich versinne Sie nicht mit der Buchverhaltung. Ich glaube, man weiß, wo kommt man die Buchverhaltung. Hallo, Mi. Ja, der. Ich möchte nur von Wartein, dass ich die Bücher jetzt fertig habe. Und da lassen Sie sich los schicken. So, sind die Bücher endlich fertig. Haken Sie mal. Dann kennen Sie mich ja dieselben. Wollen fangen Sie da gleich. Ach, wissen Sie was? Rufen Sie doch morgen noch mal an. Wir haben noch mal. Was? Jawohl. Ja, so, danke. Entschuldigen Sie mal. So, Bruder, ich kann nicht. Applaus Vielen Dank. Das Fotoartillier, der weiß, dass er reist für einige Tage und der Geselle und der Lehrling müssen ihn vertreten, was zu ziemlich großen Komplikationen führt. Musik Heidi! Was ist mit dieser Platte los? Hier nun die Platte. Die Platte ist nicht ganz entwickelt. Ah, das wäre der Fonsi. Eins ausgewickelt. Ich meine entwickelt. Alphons, was ist mit dieser Platte? Ja, das ist ja nicht meine Arbeit. Das war ja nicht Ihnen. Die hat ja du gemacht. Ja, einer von euch beiden wird es doch gemacht haben. Ey, Chef, shit up. Einer von uns drei war es. Ganz klar. Ah, das war ja die... Die haben wir ja miteinander entwickelt. Na ja, da war es noch ganz schön. Aber dann ist die Platte in den Kartoffelsalat eingefallen. Keine Diskussion. Die Platte muss noch mal gemacht werden. Ja, Chef, die Platte können wir schon machen. Aber ob uns alte Sachen mal da hergeht, ist glaube ich kaum, weißt du? Das bläst man jetzt an. Da war bei der Aufnahmschule so ekelhaft. Ah, das war ja der Herr Dirken. Ja, der braucht nicht mehr zu kommen. Das ist doch nicht so auswendig. Da muss eben hingeschrieben werden, dann kommt der schon. Also, und dass ihr es wisst, ich fahre jetzt für zwei Tage weg. Und ich habe eine geschäftliche Angelegenheit zu regeln. Und in zwei Tagen bin ich wieder zurück. Cool, hey, Pisch, Chef, ja. Ja, ich bin gleich gut. Tschüss. Jetzt hören wir aber gleich Arbeiten auf. Was därmen wir jetzt? Nichts mehr. Dägen wir Arbeitszimmer machen. Fertig, okay? Du gehst am Montag und lässt ja gar mal vor. Und dann haben wir hier ein paar Lampen auf heute nächste Nacht. Und ich? Ich tue immer hin. Ja, ich weiß mal an. Ja. Und wenn sich wer fotografieren lassen will, ich schick mal einfach zu den anderen Fotografen. Soll ich aufmachen? Nichts aufmachen, nicht chillen, wie gesagt. Okay? Chill. So, das wirst du nicht schon wieder. Ich habe fast den Leuten gesessen da. Heidrich, auf uns! Aber macht ihr nicht auf! Ui, der Eich. Ja, was ist denn das? Habt ihr denn das Leuten nicht gehört? Warum heute? Na ja, jetzt im Moment. Wir haben gar nichts gehört. Gar nichts. Und ich habe sechsmal gelaltet. Na ja, dreimal war es bloß. Und habe ich dich wieder erwischt. Was ist denn das? Ja, schuldig, Pobies. Weil, wie sie rausgegangen sind, ist da hierhin auf einmal ein Wind gegangen. Hat alles runtergegangen. Warte, was? Ein Wind? Ja. Die wollen jetzt selber ganz gut machen. Aber das Turm war es ja eigentlich. Ah, so, so. Auf einmal geht hier hier innen ein Wind. Das Fenster. Ah, wo ist denn da ein Fenster? Wer hat denn jetzt das Fenster zurückgemauert? Ja, das ist doch auch für ein Atelier-Waller-Fenster. Ich weiß sie noch. Also, das kann ja heiter werden, die zwei Tage. Na ja, wenn wir jetzt gewusst hätten, dass sie wären, hätten wir aber gleich aufgemacht. Na ja. Ist jetzt gut? Ich habe sowieso meine Briefkasche vergessen. Das ist eine Briefkasche. Ah ja, die war unten in der Doppelkammer. Ja, 57 Pfennig-Songel. Ha, habt ihr da auch schon wieder reingeschaut? Ich nicht, Agathe. Äh, ja, weil ich Montag, das wäre meine gewesen, aber er hat mir erst hinterher gesagt, weil sie ja gar keine Haare haben. Also, es ist einer wie der andere. Also, jetzt passt zwei auf. Ich sage es euch, ich gehe jetzt. Und, wenn jemand läutet, dann macht ihr aber sofort auf. Wenn ihr, ich höre ja was anderes, dann sage ich euch, dann geht's rein. Toller, netter. Ist das klar? Ja. Ja. Wiedersehen. Ja. Kommen Sie dann erst nochmal zurück. Soll ich dich zerflüchten, sonst habe ich den runter. Ja. Wir hoffen, Chef, also Peace, ja? Ja. Ich hoffe, der Apfel kommt nicht nochmal nachher. Wir sind gleich dumm, alle zwei. Ja, das hätten wir uns doch erst länger kennen, was der jetzt nochmal kommt. Ich kenne doch den Bruder. Ja. Ja, das kann schon sein. Aber diesmal garantiert, dass ich das nicht mehr dran kriege. Weil diesmal, soweit es leitet, mache ich sofort die Tür auf. Oder ich wasche vorher die Tür auf. Wir sind doch auf der sicheren Seite. Verstehst du? Ja. Und ich, ich stelle mir jetzt daher und warte bis morgen auf die Nacht. Und wenn er kommt, ja, dann reiß ich auf. Bin ich da recht beim Fotografen? Der ist gerade gleich da, warum das Bromstel? Michael, bitte mich zu fotografieren lassen. Haben Sie dabei? Ja. Ach, der ist dazu zu fotografieren. Ja, also, wollen Sie jetzt das Kind fotografieren? Da fotografierst du gerade nicht, da habe ich doch gesagt. Nein, dann warten Sie halt bis sie kommt. Was? Übermorgen? Ich kann doch nicht bis übermorgen da warten. Warum haben Sie einen dann hier gesetzt? Ja, also, wollen Sie das Kind jetzt fotografieren, oder nicht? Gute Frau, gerne hast du zum anderen Fotografen, der all den in der Amelie-Straße. Macht wunderbare Bilder, weißt du? Und der ist auch viel billiger als wir. Und da will ich aber nicht hingehen, denn Ihr Geschäft ist mir gerade im Sohlen. Warte, von wem? Von einer guten Bekannten. Ey, doch mal an, du. Kommt einfach mal. Das darfst du doch jetzt nicht sagen zu der Frau. Die sagt uns am alten, da schmeißt uns noch mal raus. Ja, also, was ist jetzt? Ja, mach so, du, wenn du gescheit bist. Da ist doch jetzt nichts dabei. Das fotografieren wir jetzt. Das gibt ein Gaudi. Ja, du klebst jetzt nicht so Scherzfutter auf den alten Säcken, weißt? Du bist auch so Scherzfutter. Das geht schon. Wieso ist denn jetzt hier liegen? Auf Steuern oder an dich? Nein, nacken, Sven. Ah, yes, das stimmt. Knacken. Also, ausziehen. Auf ausziehen? Ja, knacken. So, ich bin entspannt mein Leben. 17 mal 13. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Dann haben wir uns schön gute Bilder. Ja, ja, doch, wann sind denn da? Ausgezogen, hab ich gesagt. Nicht, dass ihr das Kind sonst ausziehen. Ja, so aus Kind. Ja, das ist jetzt auf Inseln, wenn man nicht schafft. Wow, jetzt ist heute gleich... Jetzt soll doch nicht zu... kernel boy, Hilfe durch den Eis Hey, mach dir so ein Foto. Ja, ja wie dieser Foto. Jetztanovllll sich so viel lernen! So, Frau, Sie müssen jetzt aus dem Bild gehen. Ach, sorgt nicht drauf. Ich habe gemeint, sie sind munter. Woher? Das soll doch alle Beraschen werden. Wie bin ich Großmutter geworden? Mir ist das egal, wen so größer sind. Irgendwie hätten wir weggehen sollen. Ich habe schon ein Foto gemacht. Das kannst du eh nicht wissen. Ja, jetzt sind sie schon drauf. Man müsste es auch noch einmal aufnehmen. Ey, das könntest du voll vergessen, dass wir für den Knips mal ein Blatt einlegen. Wir haben ihnen gleich gesagt, sie sollen zu ihrem richtigen Produkt gehen. Schauen Sie, dass sie jetzt weiterkommen. Nehmen Sie ihr Kind wieder. Ja. 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 Und das Eiergeschäft kann man ja empfehlen. Ey, was soll das dann kein Eiergeschäft. Und wir geben es auch einmal, sondern. Sie sind vor beiden wir uns wieder kommen! Wir sind froh, wenn jemand kommt! Ok? Jetzt gehen sie. Mach ich doch. Sie war ja gut, die Frau. Und dazu den schönen Gau, mit seinen Farben weiß und blau. Bei der Land, wie bist du einzig schön. Liebe Stadt, dann ist das Brand, dort wo meine Niederstand. Heimatland, liebstes Vaterhaus. Grüß Gott. Applaus 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 Vielen Dank.